Wie erziele ich eine Leadership-Positionierung, fragte mich Tina, eine wissbegierige Teilnehmerin in meiner Masterclass. In meiner Masterclass teile ich mein Wissen als Digital-Marketing-Expertin und zeige den Teilnehmern, wie sie ihr Branding mit einer digital sichtbaren Marke aufbauen, wie sie qualifizierte B2B-Leads und Mitarbeiter für Wachstum gewinnen. Ich sagte, Tina, das ist ganz einfach, eine Leadership-Positionierung aufzubauen, wenn du diesen drei Schritten folgst. Als erstes baue deine Personenmarke auf, indem du dein Profil professionell aufbaust. Und dazu gehört eben unter anderem professionelle Grafiken, ein aussagegekräftiger Slogan und die relevanten SEO-Begriffe, wenn du eine digitale Sichtbarkeit erzielen möchtest. Dadurch, dass du eine Personenmarke hast, wird sich die Anzahl deiner Kontaktbestätigungen steigern lassen und auch möglicherweise erzielst du schon erste Anfragen. Im zweiten Schritt, entwickle deine Expertenpositionierung, indem du im Content-Marketing kundenrelevante Inhalte teilst und sie mit Mehrwert auslieferst, zum Beispiel Problemlösung oder Best-Practice. Damit wirst du Anfragen erzielen für neue Jobs, für Projekte oder für Vorträge, je nach Zielausrichtung. Und im dritten Schritt kannst du dich als Leader etablieren, indem du eine Vordenkerrolle einnimmst, innerhalb deiner Branche und außerhalb und dich etablierst als einer der Meinungsführer. Und das ist natürlich die höchste Stufe, die man erreichen kann. Dafür braucht man natürlich auch besonderen Content. Der nennt sich Hero-Content und dabei spielen Videos eine große Rolle, denn sie wirken besonders glaubwürdig und sind direkt auch für deine Positionierung wirksam, indem sie Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufbauen. Also habe ich gesagt, Tina, es ist ganz einfach, wenn du diesen drei Schritten folgst, zum Ziel zu kommen. Und das gilt auch für dich. Wenn du ein strategisches Konzept zur Umsetzung benötigst, dann melde dich einfach bei mir. Auf deine Anfrage freue ich mich.